Aus den Transportmittel aus der Stadt, ich kann dir eine helfende Hand auf dem Schiff brauchen. Natürlich. Ich bin... Ich bin ziemlich handig mit einem Tossballstück. Oder eines blonten Instrument wirklich. Oh, ich bin ziemlich... Spirituelle Ratschläge, bist du überhaupt ein echter Vicar? Natürlich. Ich bin ein Vicar, der sich zu seine Anrufe beteiligt ist. Mehr beteiligt als jeder andere, die du in dieser Köln findest. Ich zeigte die OSI, um den großen Plan zu bezeichnen. Aber insofern, habe ich den Vicar in einer Prisade, wegen der Ignoranz und der Politik. Dann kam ich hier. Satisfied? Worum geht's wirklich? Es ist der Journal eines der Originatorer der Philosophistische Schule der Tätigkeit. Es wäre mehr als ein Jahrzehnte, bevor es in diesem Beliebungssystem in die Beliebungssysteme war. Friedrich Nietzsche. Philosophismus ist eine falsche Religion, die in Kontradition mit fast alles, was wir wissen, um wahrzunehmen. Sie glauben, dass alles Chaos Chaos ist, in starker Kontrast zu OSI's Beliebungssystem in dem Plan. Aber die meisten davon kam später. Bokonu hatte einige interessante Theorien über die Menschheit der Realität, die ich dachte, die wir in unseren Versuchungen der Plan bezeichnen können, um den Plan zu bezeichnen. Wie kam es dazu, dass du einem Gefängnis zu gewesen würdest? Viele Menschen sind nicht bewusst, aber wir haben keine neuen Insights in den Plan für eine lange, lange Zeit gefunden. Ich hatte eine Idee, dass wir die Wahrheit bezeichnen, ohne wo wir sie gefunden haben. Ich hatte die schlimmste Idee, um meine Gedanken mit einem Superior. Und das ist das lange und kurz. Das klingt gut, geht ja. Fantastisch. Bedwater ist going to miss you. Folk hier always had good things to say about their vicar. Thank you, Miss Holcomb. I'll be glad for the change of scenery and to leave this place behind. It is my esteemed pleasure to serve as your crew vicar, Captain. Verbockt? Ah, verbockte Quests wahrscheinlich. Ja, bro! Hm? Hm? Really? Es gibt hier auch wahrscheinlich bestimmt noch mehr Quests, wenn wir uns mit den Leuten unterhalten. Ich wüsste ja nur gerade nicht genau, mit wem ich quatschen soll. Hm. Der Silas Brander hier, der will ja seinen Cash eingetrieben haben. Du bist dann wohl die Vorarbeiterin. Foreman Granger. Mind, diese Worte kommen nicht aus deiner Mache, wenn sie durch Yes oder Right Away oder Thank You. Hermann Granger? Ich bin hier, um sie einzutreiben. Oh, shit. Silas ist noch auf dem Thema. Hier, mach die Steuze. Ich würde es empfehlen, wenn du nicht Reden erzählst, dass ich mein Geld verdammt war. Weil sie sind nicht meine Steuze und nicht meine Gravesite. Der Mann, der ich mit gearbeitet habe, hat sich selbst bezahlt. Ich bezahlte die Bille. Ich bin nett von dir irgendwie. Du musst die Grabgebühren als deines Nachbarn bezahlen. If you're not familiar with board law, you ought to be. Law requires delinquent Gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame, though. Eugene was a good worker. Eugene. Du meinst, der Typ hätte sich selbst erschossen? Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Ja. Just between the two of us, I'm pretty shocked, his weapon didn't miss fire. Spacers choice handguns aren't the most reliable. Um es hard sein, Familie zu verlieren. Eugene wasn't family. Yeah, I was the closest living person relative to his body at time of death. I'm the one who found him, you see. So I pay the fines. Suicide's a crime. Wow. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was Vandalism. I'm plenty serious. In fact, I'm a little upset, Eugene didn't think things through. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacers choice. Er war ein Mensch, kein Gegenstand. Well, excuse you. I'll have you know, Eugene was an asset to us all. May as Adams be commended to the law. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace and the rest of us can get on with their own lives. Kalte Logik, na dann. Wäre das auch erledigt. Gehen wir mal zurück zu Eugene und... Tja, verkünden ihm die frohe Botschaft. Ja, Eugene. Silas meine ich natürlich. Charm, Charm, Charm. Konzernwache. Ich würde halt noch gern ein bisschen die Gegend erkunden und wenn wir wirklich nichts mehr finden, was wir jetzt noch groß treiben können, dann können wir den Planeten ja endlich auch verlassen. Silas, 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 ich habe dein Cash. Oh, schwere Money, geil. More of that, more of this, more of that. Ein Meer der Toten. Hey, Miss Parvati, komm for a visit? Not today. Just help this fella. Dem Typen hier. Silas. Schön, dass du dich übersehen, Miss Parvati. Miss Parvati. Wie geht's all right, Silas? Ich habe ihn aufmerksam und wahrgenommen, Miss. Von mir sprichst du Silas. Ihr Vater wahrscheinlich. Mein Vater ist hier buried. Silas schaut nach, wenn ich... ...wenn ich das Haus nicht verlassen kann. Tut mir leid, Parvati. Oh. Well, danke. Was kann ich für dich tun? Ich habe... ...Gene... Ja? Was ist er? Ich habe einen Brief von Phyllis gelesen. Darum stand, dass sie ihn wegen seiner Goldzähne ausgeraben hätte. Ja. Lustig. Eugenes Körper ist nicht, wo es sein soll. Die Nacht, in dem wir seinen Körper an der Erde verabschieden mussten, ... hatte ich sein Graf alle geblieben und bereit. Right? Und so dachte ich, ich werde nur meine Augen ein bisschen resten. Als ich wuchs, war sein Körper weg. Spirited away. Varnished. Die Fettprinke, die nahe vorgegeben haben, ...suggestanden, dass Eugene von Maraudern getötet wurde. Oder er rief aus dem Tod. Lass mich wissen, ob du nichts findest. Er hat den Jesus gemacht. Ja. Hast du irgendwelche Neuigkeiten von der Hope? Der Kolonierschip? Hörst du über diesen alten Ruhm? Ein großer großer Stahlkopf, ...verpackt mit Kolonisten, ...was in der Aether nie wieder zu gefunden wurde. Ich habe das nicht gehört, seit ich nur ein Strip-Lin. Ich kann nicht sagen, dass es sehr überzeugend war, ...wenn die Ruhmungen gehen. Ist es eine Grund, warum du fragst? ...wenn die Ruhmungen gehen. Hope's just a rumor, Freund. Ancient rumor at that. Maybe you've been out in the sun too long. Why don't you head over to the Cantina? Get yourself some Zero-G brew. It's a brew that's good for what ails you. Nice. Look, I don't know what's got you catawallin' ...about Hope this and Colony that, ...but you need to stop. Or there's going to be trouble. Trouble? Trouble in the Aether. Double trouble? Or don't much careful folk run in their mouth, ...spreading Hoaxes and the like. Frankly, neither do I. Na gut, dann lass uns Systeme wechseln. Hey, wegen der Gebühren, die du wolltest, Bro! Are you into any trouble? Allas, erledigt. Papierkram, Gebühren und Unterschriften. Ich habe mir hier für dich, ...und das dauert, dass ich mich an. Abernathy wollte seine Krankheit vermeiden, ...eine menemo, und raus bist du. Abernathy war sick. Mit der Pläge? Was? Nein. Ich brauchte seine Kosten, ...dann sein Name. A, für Abernathy. Na gut. Dann bekomme ich dir einen Drink. Irgendwann. Ah, ich weiß nicht. Dinge sind um die Vier... Haben wir noch irgendwie Quests, die wir machen können? Irgendwie nicht. Wir schauen, wo dieser Eugene gelebt hat. Gelebt, begraben ist, meine ich. Sieht schon richtig geil aus, die Umgebung, ey. Ich mag den Stil, wirklich. Gefällt mir. Hier hat der Granger, ob der mit der Granger verwandt ist. Der Klappspaten hier. Ich schaue mir halt gerade mal kurz die Gräber an. Mit dieser Granger. Scheint sich aber nichts aktivieren zu lassen oder irgendwie noch klicken zu lassen. Gehen wir hierhin nochmal zurück? Oder ins verlassenen Industriegebiet? Das war doch da, wo wir Soy befreit haben, denke ich mal. Also waren wir da auch schon. Schrottplatz, da waren wir schon. Da können wir nochmal labern, da können wir nochmal labern. Ich werde hier nichts einfach mal so zurücklassen, sondern wirklich legit mit den Leuten reden. Ich habe nie die Widerstandszöten einstellen. Ich habe nie gesehen, dass ich die Widerstandszöten einstellen. stehe ich bereit. Möchte ich nicht. Da lehne ich dankend ab. Dankend und tankend. Ob wir noch nie jemanden rekrutieren könnten. Noch ein Konzernwächter. Ich will mal hier hingehen und mal da hinten ein bisschen erkunden. Also gehen wir mal kurz ans Kraftwerk und schauen da hin. Mal rausfinden, wo wir noch Tero rochen? Get ready! Nice work!